Ich bitte um Verzeihung. Danke. Ich fahr die Strecke zum ersten Mal. Was ist mit Ihnen? An jedem Tag. Schon seit zehn Jahren. Sie kennen bestimmt jeden in diesem Zug. Die regelmäßigen Pendler zumindest. Machen wir ein Experiment. Ein Experiment? Eine einfache hypothetische Frage. Und die wäre? Was für ein Mensch sind Sie? Was wäre, wenn ich Sie darum bitten würde, eine kleine Sache zu erledigen? Würden Sie es tun? Ich würde wissen wollen, worum es geht. Jemand in diesem Zug gehört nicht hierher. Sie wissen nicht, wie die Person aussieht. Sie müssen nur eins tun. Sie finden. Warum sollte ich das tun? Es gäbe eine Belohnung. Ich glaub's nicht. Verlassen Sie den Zug nicht, bevor Sie sie gefunden haben. Erzählen Sie niemandem von diesem Angebot. Die beobachten Sie. Zwingen Sie mich nicht, jemandem wehzutun, den Sie lieben. Ich werde das nicht tun. Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Die werden Sie töten. Ihre Familie. Und alle Menschen in diesem Zug. Wollen Sie leben? Dann halten Sie den verdammten Zug an. Entscheiden Sie sich bis zum nächsten Halt. Was für ein Mensch sind Sie? Wollen Sie sich für uns abonniere Oma! Nein. Untertitelung des ZDF, 2020